Mein Name ist Lara Nerpe und ich komme von der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim. Mein Name ist Frederik Bitz. Ich bin die Sophia Santos-Marcus. Mein Name ist Melanie Mili. Ich bin Lehrerin an der Ludwig-Erhard-Schule Pforzheim. Wir machen eine digitale Übungsfirmenmesse, in dem sich mehrere Aussteller sich vorstellen und ihre Produkte verkaufen. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir dieses Jahr online gearbeitet haben und unsere Zusammenarbeit. Auch die Mediengestaltung, was auch schwierig war, die haben sich in das neue Programm reingearbeitet und es hat alles ohne Probleme super funktioniert. Also ich bin richtig stolz auf meine Klasse. Die größte Herausforderung bei uns war, dass sich am Anfang keine Schulen angemeldet haben und wir dadurch mehr Werbemaßnahmen treffen mussten. und dass es alles aus dem Fernunterricht stattgefunden hat und wir uns deswegen mehr zusammensetzen mussten online. Wir sollten den ersten Platz grudeln, weil wir gut zusammenarbeiten können als Klasse und weil wir neue Sachen durchsetzen können. Wundermuth halbacha Kamer Untertitelung des ZDF, 2020